Hallo, ich spiele nun die Begleitung zu Samba-Samba. Einmal langsam und einmal schnell. Ich zähle jeweils neu vor, und zwar folgendermaßen. Zuerst bis vier und dann bis zwei. Die ersten beiden Melodietöne spiele ich mit. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Und nun etwas schneller. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Untertitelung des ZDF, 2020